Aus den unendlichen Tiefen des Weltalls erreicht uns... Hey Ben! Hey Jerry! Siehst du das auch, Ben? Meinst du das riesige Eis, Jerry? Ja, und die zweifelsohne intelligenten Weltraumkühe, Ben! Ja, sie lecken Eis, Jerry! Hey Ben! Hey Jerry! Ich hab was für euch! Halleluja! Fühlt euch gern! Es ist das beste Eis des Universums! Ben & Jerrys! Außerirdisch gut! Jetzt auch bei dir angekommen!